Zwei knallharte Jungs Runter! Und dazu Steck! Raus! Weiblicher Verstand Im Stehen kann ich schlecht denken. Fürs Erste wird das reichen, oder? Das ist unser neues Team am Tatort. Drei ermordete Frauen reichen. Kenn ich nicht. Ihr erster Fall Ja, ein Bundeslicht. Ach, was ist das? Am Sonntag im Ersten Drei